Natürlich mit Jan und Klaus. Ja, Jan ist gar nicht mehr witzig mit deinem... Hi! Checkpoint. Ja, Jan hat's geschafft. Wir haben gerade... Klaus musste seine Finger wieder sortieren. Ja. Haben wir gerade... Da habe ich gerade was gesehen, wie wir abkürzen können. Der Commander hat's nämlich mal wieder gesehen. Ja. Ah, ich hab's gesehen, aber egal. Ja. Klaus, wo willst du denn hin? Geht so weit... Ja, da geht's nicht weiter, ja, Klaus. Das ist die falsche Challenge. Doch, guck mal, wenn wir hier lang gehen müssen... Da rum, hier... Er kann aber nicht da hinten reingehen. Dann überspringt er Challenge. Wir machen nicht, dass wir Challenge überspringen. Nur abkürzen. Ja, die Challenge, die du gerade machst, die kannst du abkürzen. Aber wenn ich jetzt abkürze, ja gut, dann laufe ich jetzt einmal um den Zaun herum und bin ich am Ausgang. Hä? Ah, das stimmt. Ja, wie dumm ist das denn? Wir können das immer so machen, dass man die aktuelle Challenge, die wir gerade springen, wie das jetzt hier mit den Nippels, dass man die abkürzen kann. Aber nicht, dass man die ganze Dinge... Jan, mach mal bitte den Regen aus. Äh, dass man nicht die ganze Challenge in dem Sinn überspringt, ja? Jetzt, wie jetzt hier Challenge 21 oder 22 überspringt. Weil das wäre ja absoluter Bullshit, Alter. Ja, das wäre ja so. Ja. Ja. Habe ich jetzt alles gemacht? Oder zu? Ja. Ist offen. Ne. Jetzt ist offen. Ne. Jetzt ist offen. Ne. Jetzt ist offen. Ne. Ne. Nicht solche Ausdrücke. Wenn, da könnten wir uns jetzt auch drüber unterhalten, dass sich andere Länder gerade sehr asozial verhalten. Aber andere Länder benutzen uns Deutsche immer als Nazis und was weiß ich nicht alles. Aber Ungarn und die machen da Tränengas und schmeißen das in die Mengen rein, ja? Und füttern die Flüchtlinge wie Hunde, Alter. So was allerletztes echt. Oder wie Raubtiere besser gesagt. Also zieh alles voll da unten. So. Oh Scheiße. Oh Mann, Jan ey. Weißt du, man ist schon genervt, weil es nach 21 Uhr schon wieder ist. Aber du wolltest ja noch Batman gucken. Ne, guck ich heute nicht mehr. Ich geh gleich chillen. Oder wolltest du eine neue Filmreihe anfangen? Was? Neue Filmreihe. Ne, aber nicht mehr heute. Mit Sicherheit nicht. Du weißt schon, wenn wir... Ja, wenn du so kaputt. Was wollten wir denn gucken? Krantowas. Ach so, ja. Ach ja. Dann fangen wir auch mit. Ja, fangen wir heute noch an, ja? Okay. Bei einem mehr chillen kann man ja nicht als bei einem Film. Wenn wir da heute mit anfangen, dann ist bis wir soweit sind etc. bla bla, ist es bis der zu Ende ist nach 12. Und? Ja, du musst morgen in der Schule. Sag das. Sag das hier nicht so laut, Jan bitte. Wer sagt das, hä? Deine Mama hat uns vorhin angerufen, du sollst bitte mal zur Schule gehen. Stimmt, ja. Wo muss ich denn jetzt hin, Jan? Ja, da hinten. Ach, da. Alter, und jetzt da hinten an die Leiter. Ja, das schaffen wir voll locker. Ja, ne, ist klar. Ja, voll einfach, spring einfach. Alter! Oh, sorry. Aber da merkt man erst, wie weit man fliegt in Minecraft, ne? Ja, und jetzt? Toll, Sackgasse, hier geht's nicht weiter, Jan. Endo. Warte, ich komm zu dir. Im Batman. Ne, jetzt guck doch mal. Ja, da geht's weiter, ich war doch schon weiter. Ja, hier geht's nicht weiter. Klar, da oben drauf. Wie soll ich denn da hinkommen? Los, lass es. Ne, ich flieg da oben hin, ne. Das ist mir erst viel zu blöd, ne? Ne. Kannst du knicken. Da oben kann man doch nicht drauf springen, Leute. Warte mal. Oh doch, kann man, alles klar. Einschätzungsprobleme? Nein, da hatte ich so'n Hänger! Oh. Ja, wie Kevin, ey. In deiner Gesichtslähmung, Alter, bin ich darunter gefallen. Deine Gesichtsform ist wie ein Ei, Alter, Mann. Lieber ein Ei, die aussehen wie Barack Obama. Schwarz sein und große Klappe haben. Schon klar. Ja, ne. Ja. Ne, ne. Komm, 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 komm. Jetzt ging eins, komm. Nochmal. Du hast schon wieder irgendeine Scheisse. Ja. Bei dir. Utsumi hab ich an. Alle, die sich mit Myron auskennen, wissen was Utsumi ist. Ja. Nämlich ein volles Cheater-Paket namens Mama. Jawohl, Klaus hat ihn erstmal auf der Challenge rausgeboxt. Du musst alles nochmal von vorne machen. Von Challenge 1. Hast bis nächste Woche Sonntag Zeit, uns aufzuholen. Eine Stunde für ihn bin ich fertig. Du, ich auch. Alter, weißt du, ich mach das so schön schnell und der trifft mich trotzdem noch. Er ist auf jeden Fall schneller wie 60 Tick, Alter. Ich kann das eh viel schneller als ihr. Du. Ja, klar. Nee, mit Sicherheit nicht. Doch, jeder nimmt den Stoppto raus und jeder... Alter, Klaus, ey, geht mir los. Ja. Da bist du nicht. Alter, ist gut jetzt. Da bist du nicht. Jo. Nee, das tu nicht hier. Ja, wir brauchen jetzt nicht nur einen Käpt'n in der... in der... hier. Das ist schon genug hier mit Klaus. Oh, Klaus, lass. Und Klaus, lass. Frieden. Frieden. Alter, Mann. Nee, Käpt'n kann man jetzt gerade nicht hier brauchen. Alter. Warum haust du mich dann? Ja, weil du weggehen sollst. Ja, warum... Na, du sollst weggehen, dann hau mich doch nicht, du Türke. Oh. Pfff. Oh. Oh. Entschuldige. Geh weg. Oh. 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 Ja, die gucken, wie dämmig du bist, Alter. Und machen sich über dich Kartoffeln lustig. Und jetzt... Klaus ritt schon hinter mir. Klaus ritt einfach schon hinter mir her. Zum runterboxen bereit. Ach ja. Richtig Auftragskiller am Start. Ah. Ah. Nee, der Mist geht gar nicht. Warum? Lassst du da oben rum damit? Nee. Oh, jetzt können wir da hing. Ja, pass auf. Aber schon? Alter. uko Wo muss man denn hinschlagen beim Minecraft, dass man Grand trifft? Na mal gucken, ob du die Minecraft-Regel kennst. Was? Da mal, bitte. Wo man hinschlägt, dass man denjenigen eher trifft wie du ihn. Auf den Füßen und sonst. Hey, woher weißt du das denn? Ja, ja, du hast zu viel Domme geklappt. 20 Jahre hier im Minecraft-Bau. Nicht mal 20 Jahre, weißt du, vor 20 Jahren ist er noch bei Kolbers im Fischsteich rumgeflogen. Ja, den hast du nicht verstanden, ne? Der ist nämlich zu hoch für dich. Kolbers im Fischsteich. Jetzt denk mal ein bisschen nach. Kolbers im Fischsteich. Ja, frag mal deine Mama morgen, was ich damit meine. Wie kann dir das sagen? Rufst du mal an, die ist ja am Arbeiten. Ja, Garantino ruf ich die jetzt nicht an. Weil dann sagst du, musst ja gleich ausmachen. Dann muss ich wieder sagen, ja, mach ich, ja, gut, mach. Ja, du musst einfach sagen, ich lieg schon im Bett. Aber die Jungs haben zu mir gesagt, Mama, was heißt, vor 20 Jahren war ich noch bei Kolbers im Fischsteich. Leute, ich hatte dich wieder hochgehauen, du Idiot. Du hättest weiterspringen können. Will ich aber nicht, weil ich dich weiter boxen will. Weil ich ein Profiboxer bin. ich bin Vladimir Klitschko. Ja, in Unterhose. Ja, klar, Alter. Denn sonst, ich glaube noch eh alle deine Unterhose auf. Das kommt, weil die sich nichts anderes leisten können. Ja, eben. Du weißt, alle Leute, die so richtig aufgebaut sind, wie... Alter, wie Klaus, weißt du? Nein, die sind eh alle irgendwie Hartz-Vier oder... Hartz-Fünf oder sechs Leute. Hartz-Vier oder Hartz-Six Leute? Das war in der Klasse. Der hat mal früher auch mal YouTube-Videos gemacht und er hat einfach so... Äh, Hartz-Fünf live mal Videos gemacht, hat er einfach einen Kartoffelsack mit Kartoffeln, logischerweise genommen und er hat einfach einfach mit Klopapier eingerollt. Okay. Das war ein Hartz-Fünf. Das ist ja lustig. Ich hätte mal Daumen hochgegeben. Echt? Ja. Wie hieß er? Ich bin dir die dummste Kartoffel der Welt. Okay. Hartz-Fünf live. Macht der andere Typ das eigentlich noch? Ja. Ey. Hat er, ja. Hat er, ich glaube mal ein Video hochgeladen mit, mit seinem Equipment, ne? Ja, ja, das haben wir ja gesehen. Hat er einfach seine Playstation-Kacke da einfach in seine Schublade, wo seine Unterhosen alle drin sind, einfach reingepackt. Und ich muss die Schublade auflassen, weil das Ding sonst zu heiß wird, Mama. Ja. Malte, ey. Oh, ja, dann lade ich gerade hoch, Mama, ne? Dann so richtiger Spacken. Naja, ist ja auch halb. Nee, nee, okay, das... Alter, Kevin, Alter, ey, Alter. Das sehe ich gleich aus. Ja, das geht gar nicht. Die Challenge wird heute keiner beenden. Ach. Machen wir hier Fragen? Er hat sich wieder ein Diamond-Schwert gemacht, weil er einen kurzen Pimmel hat. Das sind die Richtigen. Kann sich mit diesen Typen zusammentun, die vorhin bei Dingens gescheatet haben. Bei Battlefield. Oh, der hat... Oh. Er hat dich jetzt getötet, Klaus? Ja, sicher. Ja, sicher. Homo, Alter. Der hat mich beleidigt. Was denn, dass du eine dumme Kartoffel bist? Ey. Das ist... Das ist, äh... Warte, mach mal kurz was überlegen. Alter, nee, jetzt ist es auch noch gekillt hier. Einmal schlagen dann ein bisschen weg. Ne. Ich hab immer noch volles Leben. Ja, einfach. Da hab ich gleich so lange auf dich einahm, damit du tot bist wie eine Flunder. Lass es. Na dir endlich. Dann bist du ein kleiner Homo-Boy. Wenn ich 21, Klaus... Ne, 22. Ja, porte uns mal, du Homo. Dann hätte ich gerne meine Diamanten und meine Smaragde wieder. Hörst du nur Smaragde? Nein, die haben meine Leute auch. Ich hab ein Dia gehabt. Ich hatte fünf Dias und drei Smaragde. Ey. Porte uns jetzt. Alter, wo bin ich denn? Ich bin ganz einfach drüber, ich kann verbladen, wohin. Oh, Dia her. Alter, was? Okay, Klaus kriegt ein Dia. Du gehst weg. Du hast voll die Hacks an. Du kriegst deine drei Schmaragde-Kacke hier. Oh, weiter geht's jetzt hier. Im ernsten Trip. Oh, wär jetzt ernst. Mein Gott. Pack jetzt den Scheiß weg, Alter. Das ist Game on 1, er hat Hacks drin. Komm mal aus deinem Loch da raus, oder musst du kacken? Ja. Warte, ich muss mich auf den Hebel setzen, Mann. Ich brauch nen Korken, dass ich in Spalten kacke. Machen die das auch mal hier bei Trixx in einer Fabrik. Ja. Spalten. Nee, du kommst halt wieder weg. Du gehst mir auf den Sack, Alter. Klaus spielt die ganze Zeit in Game Mode. Ja. Mach dir den Scheiß aus. Krieg mal schlagen, ne? Oh, Jan auch. Alles Schwanzficker. Ich hab gar nicht. Alles Lutschers. Was ist das denn, Darth Vader, Alter? Oh, hör auf, dich unsichtbar zu machen, Mann. Endlich mal in Ruhe springen, weil mich keiner sieht. Außer wenn Captain natürlich seine Hexe wieder anmacht. Dann sieht er mich nicht. Bin ich runtergefallen, haha. Na, klein, du boxt mich, du Pupsnade. Das ist Klaus, Rebecca. Nee. 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 Nee, nee. Nee, wir spielen auf 1-8-8. Nee, ich bin gar nicht. Nee, ich bin gar nicht. Nein. Jan, wir spielen auf 1-8-8. Meistens sogar gleich ein Screenshot von. Kann ja auch Skipschot von machen, in welcher mein Kraft, wenn ich gerade hier gestartet bin. Ja, wir spielen aber trotzdem mit 1-1. 1-8-8. Ich spiele mit 1-8. Nee, das ist dann aber falsch, in dem Sinne, wir spielen wirklich mit 1-8-8. Kann ja gar nicht, ich würde gar nicht auf den Sauer kommen. Genau. Da! Okay, ich los, ich schick dir Voto. Oh, ich bin zu doof, zum Beispiel. Ich aber auch. Ihr Whatsapp da. Guck mal hier. Oh, mein Juck, das Auge. Oh. 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 Oh, er wurde abgeschickt. Ich bin gespannt, was er jetzt sagt hier. Na, geht's gucken, Klaus? So, wir sagen vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Bis morgen. Tschüss. Tschüss. Ihr wisst euch Mu Teddy. Ich hab mir das, mit euch gesagt,